Musik Risk in Fun ist ein Projekt vom Alpenverein, das inzwischen schon die Elfte-Saison läuft, also uns gibt es seit elf Jahren. Wir arbeiten mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen im Bereich Freeriden, also das ganze Konzept beinhaltet eigentlich Risikokompetenz außerhalb vom gesicherten Skigebiet und unser Ziel ist eigentlich, dass unsere Teilnehmer, die Leute, die Freeriden möchten, sich selber besser einschätzen zu lernen und natürlich auch mit dem Umgang, was man braucht zum Abseitsfahren, sprich LVS-Gerät, Pips, Schaufel, Sonde, mit dem umgeht zum Lernen. Aufgebaut ist es auf drei Säulen, Wahrnehmung, Beurteilung und Entscheidung. Gemacht wird es unterschiedlich immer mit dem Trainer und dem Bergführer, also das heißt, es gibt sowohl einen pädagogischen Part, das nennt man dann die sogenannten Soft-Skills, wo es der Trainer macht, meistens der Sozialpädagoge, und die Hard-Skills, also wo dann alle Sachen, Informationen, zum Beispiel für Lawinen, Informationen, Risiken, Schneedeckenaufbau, so einen sogenannten Hard-Skills, da fließt der Bergführer mit ein. Ich fahre jetzt einfach schon seit sechs Jahren relativ viel außerhalb, zwar meistens im gesicherten Gebiet, aber auf der Seegrube, da haben wir einfach die Skirouten, wo wir nachher eben außerhalb von den gesicherten Gebieten fahren, und da ist es einfach mal Zeit geworden, sich das anzuschauen, weil ich kleinere Schneebrette auch schon erlebt habe, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich sollte man es können, wenn man außerhalb fährt. Dabei sollen die Trainer und Bergführer vor allen Dingen nach dem ersten Tag eigentlich schon relativ in Hintergrund gehen, also dass wir gläsern sind, dass die Teilnehmer eigentlich lernen, ihr eigenes Risiko einzuschätzen, die Hänge beurteilen können, dass sie nach den viereinhalb Tagen mehr oder weniger ihre eigene Strategie haben, und wir eigentlich schon gar nicht mehr da sind, sondern nur noch begleiten, falls es Fragen gibt. Wir wollen eigentlich, dass die Teilnehmer sich selber besser kennenlernen und das dann auch für eine späteren Zukunft umsetzen können. Sölden TV Hier bist du der Star Datsache Ja Da 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 Frage Da